Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead 2, wer ist in der Fast Season 7 und ich habe heute nicht schlecht geguckt, ja? Wir kämpfen gegen, ja gegen wen kämpfen wir überhaupt? Wir gucken mal hier rein unter Battles und dann gehen wir hier auf Worlds Divided und auf Regions und sehen hier, oh, unser Server 20163 kämpft zusammen mit Server 20114, 20164 und dem Server 20150 gegen Server 20176. 20117, 20157 und 20174. Das heißt, ich kämpfe eine Season lang gegen meine alten Klankameraden, ja? Ich grüße euch erstmal alle, die damals mit uns zusammen gespielt haben von der Season 1 bis zur Season 4. Ihr seid ganz lieb gegrüßt, ich muss euch leider verbrennen. Ironisch gemeint, ja? Okay, über den Server 20114 kann ich nicht viel sagen, weiß ich nicht, ja? Ich weiß nur, dass der Lockdown dahin gewechselt ist und ja, 20164, 20150, 20176 haben wir mal damals gekämpft. Ja, da war doch dieses Cookie Monster, was gesperrt wurde, glaube ich. 20117, 20157, keine Ahnung, ja? Es sieht mir auch so aus, weil jetzt viele Server gegen viele Server kämpfen, dass die Entwickler jetzt wissen, okay, diese Regionsgruppierung, die wir hier aktuell haben, die ist ausgelutscht, ja? Die ist tot, die kannst du in die Tonne kloppen, ja? Das heißt, wir brauchen neue Gegner. Sonst wird es immer so weiter passieren, dass nachher irgendwann mal alle 10 Mal nacheinander gegeneinander kämpfen, ja? Und entweder muss ein Server-Merch her oder die Server ab 20185, ehemals Server 666, ja? Die oberen, die müssten dann zu uns mit in einer Season gewürfelt werden und irgendwann will Server 20163 vielleicht auch mal gegen Voldemort kämpfen, ja? Ähm, das wär's ja. Ich mit meinem ersten Account und mit meinem zweiten Account, ähm, mein erster Account ist wahrscheinlich dann auf dem Server 2009 und dann kämpfe ich gegen mich selber. Das wär' ein geiles Video. Ey, Leute, das, lieber Entwickler, ne? Ähm, so ein paar Monaten, macht das mal bitte möglich. Das wär' richtig nice. Okay, gut. Ja, das sind die Paarungen für die Season 7. Am Montag beginnt die, äh, Öffnung, ja? Mit, äh, Türme bauen und zerstören. Dann gibt's einen Ranglisten-Check, dann gucken wir uns die Ranglisten genauer an. Aber ich hab' ja noch ne Rangliste, wartet mal kurz. Hier ist die Rangliste, äh, ja, hat mir jemand zugeschickt, ich hab' zu viele Nachrichten gekriegt, keine Ahnung. Und, äh, Gendoro, wo, wissen wir ja, ist auf dem Server 2115, aber Ashboy ist dorthin gewechselt, äh, schönen Gruß, ne? Äh, äh, ich weiß noch, damals in Saw. Ähm, Geely vom Server 2174, District 13 ist ja auch neu gewechselt. Ähm, George Bush, weiß gar nicht, Spiel überhaupt noch vom Server 2180. Ähm, Retsu, äh, Tokasch, auch vom Server 20174. Und dann sehe ich hier noch Derby Derp vom Server 2080, ja? Ähm, mehr sehe ich nicht, aber wie gesagt, ähm, am Montag geben wir die komplette Rangliste durch. Und, ja, macht euch ein schickes Avatar, ich will was zum Lachen haben. Ähm, und nein, ähm, keine komplizierten englischen Wörter, ne? Gut, äh, kurzes, knappes, knackiges Video. Ich freu' mich, ähm, ja, gegen meine alten Kameraden mal spielen zu können, hört sich irgendwie falsch an, aber, naja, ist halt ein Spiel, ne? Ähm, mal gucken, wie das so wird und, ähm, ja, erstmal gucken, wie lange die Season überhaupt geht. Ich hoffe, die geht nicht wieder vier Monate, weil, äh, das ist zu lang, ne? Okay, gut. Ihr könnt gerne was in die Kommentare, ähm, schreiben. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ähm, ja. Ja, seid gespannt auf das Rangliste-Video. Ich würd' mal sagen, wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Zoldei.